12b. Persönlich habe ich ihn nie gesehen, auch kein unmittelbares Verhältnis zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens- und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen untereinander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefflich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände sowie auf persönliche Verhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, dass er, die Überlegenheit seiner Geistesgaben aufs Naivste fühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Korrespondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gelte dies auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl und die Ursache, dass ich mich ihm zu nähern niemals verlangen trug. Zwischen Herder und uns waltete dagegen ein gemütlich-literarischer Verkehr höchst lebhaft fort, nur schade, dass er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herder unterließ sein Necken und Schelten nicht. Merkend brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zu Ungeduld aufzuregen wusste. Weil nun Herder unter allen Schriftstellern und Menschen Zwiften am meisten zu Ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Ehrungen und Verdrießlichkeiten Anlass. Dem ungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, dass er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelte Ehre brachte. Denn sein neuer Patron hatte den höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden, dem Verstorbenen klagte das Vaterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestiftet. Nun sollte Herder an der Stelle des zu früh Verblichenen alle diejenigen Hoffnungen erfüllen, welche sein Vorgänger so würdig erregt hatte. Die Epoche, worin dieses geschah, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Wert. Denn mehrere deutsche Fürsten folgten schon dem Beispiel des Grafen von der Lippe, dass sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß, Klopstock sei von dem Markgrafen Karl von Baden berufen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmut und Nutzen der höheren Gesellschaft mitzuteilen. So wie nun hierdurch das Ansehen auch dieses vortrefflichen Fürsten wuchs, der allem Nützlichen und Schönen seine Aufmerksamkeit schenkte, so musste die Verehrung für Klopstock gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und Wert war alles, was von ihm ausging. Sorgfältig schrieben wir die Oden ab und die Elegien, wie sie an jeder habhaft werden konnte. Höchst vergnügt waren wir daher, als die große Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt eine Sammlung derselben veranstaltete und eins der wenigen Exemplare in unsere Hände kam, das uns instand setzte, die eigenen handschriftlichen Sammlungen zu vervollständigen. Daher sind uns jene ersten Lesarten lange Zeit die Liebsten geblieben, ja, wir haben uns noch oft an Gedichten, die der Verfasser nachher verworfen, erquickt und erfreut. So wahr ist, dass das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstfach herübergezogen erscheint. Klopstock hatte sich und anderen talentvollen Männern durch seinen Charakter und sein Betragen, Ansehen und Würde zu verschaffen gewusst. Nun sollten sie ihm aber auch womöglich die Sicherung und Verbesserung ihres häuslichen Bestandes verdanken. Der Buchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedeutende wissenschaftliche Fakultätswerke, auf stehende Verlagsartikel, welche mäßig honoriert wurden. Die Produktion von poetischen Schriften aber wurde als etwas Heiliges angesehen und man hielt es beinahe für Simonie, ein Honorat zu nehmen oder zu steigern. Autoren und Verleger standen in dem wunderlichsten Wechselverhältnis. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als Patrone und als Klienten. Jene, die neben ihrem Talent gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Publikum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und fühlten sich durch das Glück der Arbeit belohnt. Diese begnügten sich gern mit der zweiten Stelle und genossen eines ansehnlichen Vorteils. Nun aber setzte die Wohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über den armen Poeten und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmut und Dankbarkeit war nicht selten. Breitkopf und Gottschied blieben lebenslang Hausgenossen. Knickerei und Niederträchtigkeit, besonders der Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange. Dem ungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eigenen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichtum der angesehenen Buchhändler. Sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabbener sei und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelfen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgendeinen Erwerb das Leben erleichterte. Auch die mittleren und geringeren Geister fühlten ein lebhaftes Verlangen, ihre Lage verbessert zu sehen, sich von Verlegern unabhängig zu machen. Nun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subskription an. Obgleich die späteren Gesänge des Messias teils ihres Inhalts, teils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung tun konnten wie die früheren, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen. So blieb doch die Achtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner Oden die herzenden Geister und Gemüter vieler Menschen zugewendet hatte. Viele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einfluss, erboten sich, Vorausbezahlung anzunehmen, die auf einen Louis-Dor gesetzt war, weil es hieß, dass man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Verfasser bei dieser Gelegenheit für sein Verdienst um das Vaterland belohnen sollte. Hier drängte sich nun jedermann hinzu, selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht viel aufzuwenden hatten, öffneten ihre Sparbüchsen. Männer und Frauen, der obere, der mittlere stand, trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es kamen vielleicht tausend Pränummeranten zusammen. Die Erwartung war aufs Höchste gespannt, das Zutrauen so groß als möglich. Hiernach musste das Werk bei seiner Erscheinung den seltsamsten Erfolg von der Welt haben, zwar immer von bedeutendem Wert, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Klopstock über Poesie und Literatur dachte, war in Form einer alten deutschen Druidenrepublik dargestellt, seine Maximen über das Echte und Falsche in lakonischen Kernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der seltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Literatoren war und ist das Buch unschätzbar, konnte aber auch nur in diesem Kreise wirksam und nützlich sein. Wer selbst gedacht hatte, folgte dem Denker, wer das Echte zu suchen und zu schätzen wusste, fand sich durch den gründlichen, braven Mann belehrt. Aber der Liebhaber, der Leser, wurde nicht aufgeklärt, ihm blieb das Buch versiegelt, und doch hatte man es in alle Hände gegeben, und indem jedermann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erhielten die meisten ein solches, dem sie auch nicht den mindesten Geschmack abgewinnen konnten. Die Bestürzung war allgemein, die Achtung gegen den Mann aber so groß, dass kaum ein leises Murmeln entstand. Die junge, schöne Welt verschmerzte den Verlust und verschenkte nun scherzend die teuer erworbenen Exemplare. Ich erhielt selbst mehrere von guten Freundinnen, deren keines aber mir geblieben ist. Diese dem Autor gelungene, dem Publikum aber misslungene Unternehmung hatte die böse Folge, das nun sobald nicht mehr an Subskription und Pränumeration zu denken war. Doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als dass der Versuch nicht hätte erneuert werden sollen. An dieses nun im Großen und Ganzen zu tun, erbot sich die dessauische Verlagshandlung. Hier sollten Gelehrte und Verleger in geschlossenem Bund und des zu hoffenden Vorteils beide verhältnismäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürfnis erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte und leider schieden die Teilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden auseinander. Eine rasche Mitteilung war jedoch unter den Literaturfreunden schon eingeleitet. Die Musen-Almanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale den Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Lust am Hervorbringen war grenzenlos. Gegen mein Hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgültig. Nur wenn ich es mir und anderen in geselligem Kreise froh wieder vergegenwärtigte, erneuerte sich die Neigung daran. Auch nahmen viele gern an meinen größeren und kleineren Arbeiten teil, weil ich einen jeden, der sich nur einigermaßen zum Hervorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in seiner eigenen Art unabhängig zu leisten, dringend nötigte und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert wurde. Dieses wechselseitige bis zur Ausschweifung gehende Hetzen und Treiben gab jedem nach seiner Art einen fröhlichen Einfluss und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlassen, aus diesem Nehmen und Geben, welches mit freier Brust, ohne irgendeinen theoretischen Leitstern, von so vielen Jünglingen, nach eines jeden angeborenen Charakter, ohne Rücksichten getrieben wurde, entsprang jene berühmte, berufene und verrufene Literaturepoche, in welcher eine Masse junger, genialer Männer, mit aller Mutigkeit und aller Anmaßung, wie sie nur einer solchen Jahreszeit eigen sein mag, hervorbrachen, durch Anwendung ihrer Kräfte manche Freude, manches Gute, durch den Missbrauch derselben manchen Verdruss und manches Übel stifteten. Und gerade die aus dieser Quelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen sind das Hauptthema dieses Bandes. Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse finden? Wie sollen sie unter ihresgleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sein mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im Stillen eine verlorene Liebe zu beklagen. Dies machte mich mild und nachgiebig und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte und ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte. Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriss mir das Herz. Es war dieselbe Hand, derselbe Sinn, dasselbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nun erst den Verlust, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig. Stets empfand ich, dass sie mir fehlte, und was das Schlimmste war, ich konnte mir mein eigenes Unglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Annette mich verlassen, hier war ich zum ersten Male schuldig. Ich hatte das schönste Herz in seinem tiefsten verwundet, und so war die Epoche einer düsteren Reue bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe höchst peinlich, ja unerträglich. Aber der Mensch will leben. Daher nahm ich aufrichtigen Teil an anderen, ich suchte ihre Verlegenheiten zu entwirren und, was ich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergehen möchte wie mir. Man pflegte mich daher, den Vertrauten zu nennen, auch, wegen meines Umherschweifens in der Gegend, den Wanderer. Diese Beruhigung für mein Gemüt, die mir nur unter freiem Himmel in Tälern, auf Höhen, in Gefilden und Wäldern zuteil wurde, kam die Lage von Frankfurt zu statten, das zwischen Darmstadt und Homburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Verwandtschaft bei der Höfe in gutem Verhältnis standen. Ich gewöhnte mich, auf der Straße zu leben und wie ein Bude zwischen dem Gebirge und dem flachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Gasthöfe in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Weges weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterweg sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben, wovon noch eine unter dem Titel Wanderers Sturmlied übrig ist. Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegen gehen musste. Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt. Ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältnis zu Frauenzimmern und so blieb mir verborgen, dass mich unaufmerksamen und unwissenden, ein liebevoller Genius heimlich umschwebte. Eine zarte, liebenswürdige Frau hegte im Stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte und mich eben deswegen in ihrer wohltätigen Gesellschaft desto heiterer und anmutiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, erfuhr ich das geheime himmlische Lieben auf eine Weise, die mich erschüttern musste. Auch ich war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauen und umso schöner, als die Entdeckung gerade in einer Epoche fiel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen zu Lebenden das Glück hatte. Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner alten Art abermals Hilfe bei der Dichtkunst. Ich setzte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Buße einer inneren Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Götz von Berlichingen und Clavigo und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen sein. Wie man aber Verletzungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes System des organischen Lebens für ein krankes Einstehen und ihm Zeit lassen kann, auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Übungen glücklicherweise bei mancher günstigen Gelegenheit gar vorteilhaft hervor, und ich wurde zu frischem Ermannen zu neuen Lebensfreuden und Genüssen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langsamen und zwecklosen Fußwanderungen. Man kam schneller, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jüngeren Gesellen führten das Fechten wieder ein. Besonders aber tat sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloss und es in kurzer Zeit durch Übung, Nachdenken und Beharrlichkeit so weit brachte, als nötig ist, um eine frohe und belebte Eisbahn mitzugenießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen. In diese neue, frohe Tätigkeit waren wir denn auch Klopfstocken schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unverwerfliches Zeugnis ablegen. Ich erinnere mich ganz genau, dass an einem heiteren Frostmorgen ich aus dem Bette springend mir jene Stellen zurief. Schon von dem Gefühle der Gesundheit froh, habe ich weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht, den bedeckenden Kristall. Wie erhellt des Winters werdender Tag sanft den See, glänzenden Reifsternengleich streute die Nacht über ihn aus. Mein zaudernder und schwankender Entschluss war sogleich bestimmt, und ich flog strax dem Orte zu, wo ein so alter Anfänger mit einiger Schicklichkeit seine ersten Übungen anstellen konnte. Und für wahr, diese Kraftäußerung verdiente wohl, von Klopfstock empfohlen zu werden, die uns mit der frischesten Kindheit in Berührung setzt, den Jüngling seine Gelenkigkeit ganz zu genießen aufruft und ein stockendes Alter abzuwehren geeignet ist. Auch hingen wir dieser Lust unmäßig nach. Einen herrlichen Sonnentag so auf dem Eise zu verbringen, genügte uns nicht. Wir setzten unsere Bewegung bis spät in die Nacht fort. Denn wie andere Anstrengungen den Leib ermüden, so verleiht ihm diese eine immer neue Schwungkraft. Der über den nächtlichen, weiten, zu Eisfeldern überfrorenen Wiesen aus den Wolken hervortretende Vollmond, die unserem Lauf entgegensäuselnde Nachtluft, des bei abnehmendem Wasser sich senkenden Eises ernsthafter Donner, unserer eigenen Bewegungen sonderbarer Nachhall, vergegenwärtigten uns oseanische Szenen ganz vollkommen. Bald dieser, bald jener Freund ließ in deklamatorischem Halbgesange eine klopstocksche Ode ertönen und wenn wir uns im Dämmerlichte zusammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unserer Freuden. Und sollte der uns sterblich nicht sein, der Gesundheit uns und Freuden erfand, die das Ross mutig im Lauf niemals gab, welche der Ball selber nicht hat? Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgendein irdisches Tun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu verbreiten weißen. Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürfen, den einfachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unseren Beruf zu ernsteren Dingen. Doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Unbestimmten, stimmten gar manche meiner innersten Bedürfnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlafen hatten und ich bin solchen Stunden die schnellere Ausbildung älterer Vorsätze schuldig geworden. Die dunkleren Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wissbegierde und Einbildungskraft beschäftigt. Der Gedanke, den Götz von Berlichingen in seiner Zeitumgebung zu dramatisieren, war mir höchlich lieb und wert. Ich las die Hauptschriftsteller fleißig. Dem Werke »De Pace Publica« von Datt widmete ich alle Aufmerksamkeit. Ich hatte es emsig durchstudiert und mir jene seltsamen Einzelheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer anderen Seite brauchen und da ich nunmehr Wetzlar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug. Denn das Kammergericht war doch auch in Gefolge des Landfriedens entstanden und die Geschichte desselben konnte für einen bedeutenden Leitfaden durch die verworrenen deutschen Ereignisse gelten. Gibt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genaueste Einsicht in die Beschaffenheit irgendeines Reiches. Die Finanzen selbst, deren Einfluss man für so wichtig hält, kommen viel weniger in Betracht, denn wenn es dem Ganzen fehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammengescharrt und gehalten hat und so ist der Staat immer reich genug. Facebook.